So, ja, ich mache jetzt mal für euch jetzt nochmal eine kurze Vorstellung, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob ich euch das schon mal gezeigt habe oder nicht. Also wenn ich euch das jetzt schon mal gezeigt habe, bitte das mal zu entschuldigen oder so, weil wie gesagt, ich habe halt so viele Videos schon gebracht in meinem Kanal und da geht das halt irgendwann noch alles mal mit unter. Aber, weil ich habe vorhin so überlegt, hast du das schon mal gemacht oder nicht gemacht, aber keine Ahnung. Schon mal so viel dazu, das sind meine Eigenkreationen, hier in einer wunderschönen Kiste, alten FP3 Small noch mit NWP, davon habe ich auch noch eine ganze VE, aber wiederum woanders, also größer geworden ist damals nicht. Okay, und was ich euch jetzt nochmal mit dazu sagen wollte, oder hier, ihr habt ja bestimmt schon hier von der Brücke gehört, in Dresden in der Nacht, also im Bett, wo früh der Nacht zum Dreier hier eingestürzt ist. Ich werde ja jetzt auch mal öfters mal vor Ort sein und die Hochwasserlage filmen, also bitte keine Beschwerden, du machst gar keine hier, ähm, 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 keine Knaller wie das mehr. Ich mache weiterhin Knaller wie das, aber das hat für mich erstmal Vorrang und das steht auch so in meiner Kanalbeschreibung. Also, das habe ich nämlich auch, also auch vergessen mal mit zu erläutern, also ich filme Abbruch, Wettererscheinungen und so weiter und Bürotechnik, so steht das drinnen in meiner Kanalbeschreibung. Das ist nämlich auch richtig, dass ich das halt mal erzähle, ne, dass ich dann einige für euch wundern, ey, du hast ja einen Bürokanal und du, und jetzt lädst du auf einmal sowas hoch, ne, also, ne, 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 das halt dann schon so hin, das wollte ich euch bloß nochmal sagen, so rum. Und ich wäre als Wochenende auch mal nach Dresden fahren, mit die Hochwasserlage angucken und die Carola-Brücke auch nochmal, mal gucken, weil die haben sich jetzt schon teilweise eingerissen in der Nacht zum Freitag, ne, und teilweise auch so ein paar Brückenteile abgesprengt, aber da war ich halt leider auch nicht vor Ort, aber ist jetzt auch nicht so schlimm, ne, und dann wäre ich wahrscheinlich auch am Montag oder am Dienstag mal mit meiner Frau mal nach Meißen fahren und mir in Preisen auch mal die Hochwasserlage angucken. Weil meistens ist immer sehr gut gefährdet, wenn wir Hochwasserlagen haben, weil das halt wie in so einer richtigen Senke drinnen liegt und die Elbe links und rechts kein Platz hat, irgendwo auf Felder zu fließen. Also wir rechnen hier auch mit dem Elbpegel in Dresden zwischen 7 und vielleicht 8 Meter, das kommt an 2002 wieder ran. Gut, das wollte ich euch jetzt bloß nochmal mit dazu sagen, deswegen danke ich euch, ihr könnt mich auch weiter gerne abonnieren. Wie gesagt, ich bleibe auch hier mit den Böllern auch am Ball, ne, ihr braucht ja keine Bange haben oder Sorgen haben. Ich mache weiter Büro wie Videos, aber halt wie gesagt auch Abbruch, habe ich jetzt schon was gefilmt, ist halt leider noch auf Privat, wir werden ja schon irgendwann mal hochladen. Und halt Weitererscheinungen, Gewitter, Starkregenereignisse oder passmäßig was, ne. So steht es nämlich in meiner Kanalbeschreibung. So, hier, aber ich glaube, das habe ich euch schon mal gezeigt, aber ich glaube, das ist jetzt irgendwie so schlimm. Ähm, genau, ne, ähm, hier, warum ich das gepackt habe, wenn ihr euch das jetzt fragt, ähm, dass es einfach mit die sicher vor Wort sind, nicht feucht werden oder sonst was. Da habe ich mir mal vor einem Jahr mal was überlegt, ach, wie kann man denn die mal irgendwie einpacken. Und da habe ich mein, mein Schrottzeug gesehen, wie diese Luftpfeifer und was weiß ich was, kommt da dann noch wesentlich mehr dazu. Ähm, ja, die kann man halt dort reinmachen und dann wieder antagern. Na, wie gesagt, das ist jetzt Zeug, das ich definitiv noch jahrelang aufhebe, jahrzehntelang. Das wird nicht verschossen, weil es gibt so nicht mehr zu kaufen. Das sage ich euch dann auch nochmal mit dazu, ne. Und wie gesagt, ich würde mich ja gerne auch nochmal über ein Abo freuen oder so. Wenn wir dann mal ein rundes Abo haben, sage ich euch gleich, dann machen wir für euch ein Sprechel. Das mache ich auch mal mit, also mit den Kollegen, das hatte ich schon ein paar Mal angesprochen. Müssen wir mal gucken, wie es irgendwie mal passt bei meinen Abos, ähm, dass wir mal ein rundes Sprecheln brauchen und da folgt wirklich was Großes. Wäre ich aber davor wahrscheinlich auch mal ankündigen. Genau, und hier, jetzt habe ich erstmal genug gequatscht. Das sind ja auch schon Roritäten, obwohl die schlecht sind, die hier La Bomba hier mit immerhin noch 2,5 Gramm. Ähm, 1 Gramm ungefähr der Vorbrenner, 1,5 Gramm BKS bleibt da wahrscheinlich über. Ähm, sehen halt komischerweise genauso aus wie die alten. Die sind ja unten auch so mit rotem hier Wachspapier irgendwie drum, also drum gekleppt, warum auch immer. Aber ich muss sagen, die sind bald so laut wie die alten, noch von 2011 oder so. Keine Ahnung. Und die hier oben, wie gesagt, ähm, das sind ja, ähm, die sind glaube ich hier von dem, ja, Pyrroth-Handel Berlin. Das sind so gute, Fakes haben die da versucht mal nachzubauen. Aber ich muss sagen, die, die Tünger sind gut. Na, kann man auch sehen, die sind ja hier, also hier, hier oben auch völlig anders aus, ähm, ja. Ah, ich muss sagen, die gehen. Also da habe ich ja noch ein paar Packungen auf Lager, aber die hebe ich aber auch erstmal auf, weil die habe ich auch so auch nie wieder gesehen. So, ich gebe das jetzt mal rüber ein bisschen hier. Jetzt fangen wir nämlich mal an mit, ja, es kommt schon, ja, das beste Zeug liegt natürlich wieder ganz oben. Ein cooles Jugendfeuerwerks-Sortiment, ne. Und der Inhalt ist definitiv alt. Das sind die alten Bomb, die haben 40 Gramm auf die Packung verteilt, auf 20 Stück. Da hat einer, zwei Gramm, das sind die Bomb Black, sind auch, also hier Power 2012, Bomb Black auch Power 2012. Gibt dann noch eine andere Version, die heißt Viper 1, auch von Klasek hier, die zwei verschiedenen M. Ist alles gleiche, nur ein anderes Label drauf bedruckt, habe ich dann, glaube ich, auch noch irgendwo. Ähm, alles Roritäten, drei Gramm, die haben zwei Gramm pro Stück, ähm, die Fakes steht auf der Originalverpackung, glaube ich, drauf, auf den Büroortantel, ähm, 95 Gramm. Kann ich mir aber nicht vorstellen, da hätte einer ja fast fünf, fünf, also fünf Gramm von diesen Fakes. Das ist, das sind ja diese Fake-Labombe. Ähm, hier. NWB-FP3, na, das ist das Set aus dem Vitamaker, wo drei Fünferpäckchen hier, ähm, 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 hier eingepackt sind in einer schönen Pappschachtel, also Vitamaker 2 oder so. Hier schon etwas die, ähm, neuere Version, aber halt auch schon ein bisschen älter, weil jetzt gibt es die ja bloß noch in der 1,8 Gramm Version pro Stück, die FP3. Ähm, was ich bei denen sagen muss, ähm, weil die hinten mit Kipps sind, die 2,1 Gramm Version, ähm, die sind genauso stark wie der alte mit 3 Gramm. Und das hat mich schon ein bisschen gewundert, die Kollegen auch, wo wir das getestet haben. Hier, weil ich denke mal, die haben das wahrscheinlich schon ein bisschen überklebt oder so, aber da habe ich jetzt auch noch nie mehr mal die Mühe gemacht, um das Label mal irgendwie abzumachen, aber auch nicht so schlimm. Und wie gesagt, alles 3 Gramm. Ähm, hier auch noch mal die Raritäten, also ist das schon eine Raritäten-Maison, ich meine nicht, die gibt es noch zu kaufen, aber muss man jetzt auch nicht unbedingt holen, wenn man die noch findet, die alten Labbomber. Und hier kann man nämlich wunderbar erkennen, hier fällt der BKS-Inhalt. Na, deswegen sind die eingepresst, weil es brüste ja praktisch ja hier genau bündig sein und da kann man nämlich sehen, was BKS nämlich fällt. Bestes Beispiel hier, hier ist es nämlich ein Tisch, so. Mal gucken, ob wir das jetzt sehen, ob der Scheißhaufen mal wieder anfokussiert hier. Jetzt, weil hier ist komischerweise das bründig und die klingen halt auch so wie die, noch wie die alten, mir mit 3,5, vielleicht 4 Gramm. Ja, das ist, das ist halt das, was ich immer mal angesprochen hatte, auch mal in anderen, in alteren Videos, wenn ihr die mal geguckt habt oder so. Also, wie gesagt, der Hörer ist halt das, was so ein bisschen komisch ist, beziehungsweise, ja, was halt an BKS fehlt. So, wir machen mal weiter, jetzt kommt, na gut, das ist ja auch wieder Schrott. Hier auch, wie gesagt, ja, das ist ja nochmal die Raritäten, also ist ja auch schon eine Raritäten-Version. La Bomba und hier, ähm, MBB, ich hab jetzt keine Ahnung, ob das jetzt die normalen FP3 sind, ohne hier diesen, also ohne dieser Vitomega 2-Packung. Aber kann ich mir jetzt gar nicht mehr so irgendwie vorstellen oder so. Hm, ich überlege gerade, sorry, wenn ich jetzt mal ein bisschen nachdenke. Ne, ach ja, genau, hier haben wir auch wieder das beste Beispiel. Das sind wahrscheinlich die, die auch noch so klingen wie der Alte, aber wie gesagt, die teste ich auch nicht, die lasse ich zu. Wenn ich sie irgendwann in Tschechien nochmal finden sollte, wenn ich mal rüberfahren sollte, weil bei mir sind halt immer so ein Zeitproblem. Ja, weil ich wollte eigentlich für euch nochmal ein bisschen ein paar Vorfreude-Touren eigentlich auch noch machen. Und ich weiß gar nicht, wo ich die noch reinquetschen soll, weil jetzt kommt das Hochwasser auch noch dazwischen. Das ist, ich muss mal gucken, aber ich bleibe für euch definitiv mal am Ball. Ich werde schon nochmal ein paar Vorfreude-Videos mal brauchen. Da brauche ich aber halt auch wieder die passende Location dafür, weil ich hab ja immer das Problem, dass hier mal haufenweise Leute unterbrechen sind, die halt auch an den abgelegensten Orten rumkrauchen und dann Stress machen. Das hatte ich schon ein paar Mal, ne, also, aber mal gucken, davon sollte man sich glaube ich nicht abschrecken lassen. Vielleicht probierst du es erstmal mit legalem Zeug oder so, mal gucken und dann mal ein bisschen BKS, je nachdem. So, genau hier die alte Mini-Bomb-Version, die alte Mini-Dumbomb-Version, jeweils 2 Gramm pro Stück. Die alte Version kriegt ihr so nie wieder. Hab ich ja noch einen, also von denen hab ich ja zum Glück noch ein Gepäckchen da, aber die hebe ich auch erstmal auf. So, hier auch nochmal eine alte Mini-Dumbomb-Version, wie gesagt, hier ordentlich verpackt, weil sonst hätte ich ja wieder zu viel Müll produziert, deswegen ist mir das einfach mal schlagartig mal eingefallen, mal vor einem Jahr oder so. Aber ich bin der Meinung, ich hab mir das glaube ich nochmal gezeigt. Aber ich nehmt mir das jetzt ja jetzt nie für übel oder so. Ähm, hier die NWB-Version, doch mal, Jürgen, FP3. Sorry, wenn ich immer so schneuze, mir läuft immer permanent die Nase, also. Ja, das ist hier die 3 Gramm-Version. Und ich hoffe auch, dass meine Auflösung heute ein bisschen passt. Ich hab heute mal hier 4K-Version mal angeschmissen. Frisst zwar eine Menge Speicher, aber egal, die Videos kriegen halt dann eh dann wieder aus dem Speicher raus. So, da haben wir dann hier auch nochmal die alte, die neue alte Version. Hier steht zwar 2,5 Gramm drauf, haben aber definitiv mehr. Wie wir das so vor uns mal angesprochen hatten hier, ne. Klingt genauso wie der alte. Wird aufgehoben. So. Hier. Der absolute Super-GAU überhaupt. Ähm, Jürgen, NWB, FP3 Small, um 2012 hergestellt. Wenn ihr sie noch findet, habt ihr wirklich Glück. Aber fragt mich jetzt nicht, wo die noch rumliegen könnten. Da gab es mal einen Shop in Tschechien. Ähm, da hab ich aber mit dem Kollegen damals hier das restliche alte Zeug alles aufgekauft. Na, hab ich ja wie gesagt, von dem FP3 Small, hab ich ja noch eine ganze V, also eine komplette V eben noch da. Und die sind wirklich gut, also. Und ich würde mal bald behaupten, dass die mehr als 0,83 Gramm haben. Also auch die alte Version. Also so wie die klingen, die klingen auch bald wie ein Dummbum. Also noch hier die alte Version in P1 oder F3, je nachdem. So, hier hab ich das nochmal getrennt. Hier hab ich mal die etwas älteren. Ist ja auch schon eine Rohrität. Das sind noch die mit 0,83 Gramm, wenn man das ein bisschen sehen kann hier. Genau, kann man wunderbar sehen heute. Nichts anderes, weil die gibt es jetzt auch schon seit bald zwei Jahren in der 0,38 Gramm Version oder so. Weil eine 10,9 Gramm hat oder irgendwie sowas. Also so eine FP3 Smallpackung. Weil die ganz neuen Kits hier auch nicht schlecht sind. Ich will jetzt auch nicht alles schlecht drehen. Ich sag zwar immer meine Beinung zu dem Pyrotechnikzeug, wenn es mir nicht gefällt, dann gefällt es mir halt nicht. Ist ja bloß meine private Meinung dazu. Aber wie gesagt, auch gut noch nicht ganz so druckvoll wie hier, wie die alten. Aber die scheppern. Also für das kleine Teil. Die hat ja meine Freunde noch übrigens gerne. Warum auch immer. Liegt bestimmt an dem pinken Papier oder so. Nö. Ah ne, aber größer darf es bei ihr dann auch nicht sein. Weil da ist die in den Ohr noch sehr empfindlich. Kann ich schon verstehen. Also, die Vibers. So. Das müssen wir mal gucken. Also das ist jetzt auch wieder die 2,1 Gramm Version. Hier ist der Kips auch bis hinten. Sind definitiver keine 2,1 Gramm drin. Weil die halt klingen wie ein alter FP3, der ja oben mit drauf ist. Na, und die haben ja hinten. Ich kann das mal ein bisschen aufknicken. Hier ist es ja. Hier haben, also die alte Version. Da ist der Kips auch bündig mit dem Pappkörper. Und hier nämlich auch. Und die sind definitiv gleich. Das haben die wahrscheinlich nur irgendwie überklebt oder so. Oder das umgangen oder so. Keine Ahnung. Ich wäre mal, wenn ich nochmal welche finden sollte. Paare ich euch mal ein Video dazu. Na, das könnt ihr. Das, also. Was ich damit sagen wollte. Sorry, ich bin ein bisschen durcheinander. Auch wegen der Hochwasserlage. Ähm. Schreibt es trotzdem nochmal mit in den Kommentaren. Hier, pack mal einen Vergleich. Zum bisschen 2,1 und 3 Gramm. Mit ich das nicht vergesse. Weil, wie gesagt, ich habe sehr viel um die Ohren jetzt zur Zeit. Oh. Die Bombalt. 2 Gramm pro Stück. Classic. 2012 hergestellt. Genau, hier. Die Bombalt. Nichts anderes. Aber die Bombalt 1,3 Gramm. Einer. Ach. Die stinken schön nach BKS. Das ist aber fortz trocken, das Gelumpe. So wie das sein muss. Selbst wenn die mal feucht werden. Minimal feucht sind. Einfach mal 2 Tage trocken. Aber wenn es geht, auch nicht auf die Heizung drauflegen. Kann nichts passieren. Aber Safety first. Aber die Sicherheit geht vor. Wie das sein muss. Bump. Habe ich auch noch mal so gemacht. Warum auch immer. Ach so. Sind sie ja noch Päckchen. Rorität. Also 3 Gramm. 2 Gramm. Classic. 2012 hergestellt. Damals. Wenn ihr es in Erfindung haltet. Holt sie euch. Wenn sie günstig sind. 14 Euro. Würde ich sie liegen lassen. Oh jetzt kommen wir hier zu dem Schmuckstück. Jetzt muss ich mal gucken. Das ist hier. Ähm. Was ist das? Dumbo und Petarda. Das sind noch die ganz stinknormalen. Das sind eine der ersten Chancen. Die damals rausgekommen sind. Und seitdem habe ich die. Aber es gibt eben noch eine Version. Die. Alles klar. Es ist noch eine. Ich habe. Sorry. Ich habe jetzt gerade was in der Kiste gesehen. Das habe ich jetzt schon seit 2 Jahren gesucht. Beziehungsweise seit einem Jahr. Ähm. Hier gibt es noch eine Version. Die ist von 2013. Die habe ich irgendwo auch. Ich muss da mal gucken wo die ist. Aber ich glaube die ist hier nicht mit dabei. Das sind eine der ersten Chancen. Die raus kamen. Und die waren sowas von billig. Damals. Vor 10 Jahren. 11 Jahren. Habe ich sage und schreibe. 3 Euro in Tschechien. In Renske. Für eine Packung bezahlt. Und weil ich 10 Stück mitgenommen. Habe. Wurden die auf 2 Euro 50. Pro Packung runtergesetzt. Also. 1a. Und davon habe ich ja auch noch teilweise welche. Ja. Weil. Ich habe so viel geholt. Das verknallt man auch nicht alles. An 3, 4 Silvasters. Also. Hier auch nochmal eine Mini-Bomb. 1a. 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 2a. 1a. 1a. Scherben oder so, aber nie gerade an zu pester oder so, mal gucken mal unter mir irgendwie, wenn ich das irgendwie mal hinkriege hier so, hier ist nochmal eine alte 3 Gramm Version, FP3 Small äh Quatsch, FP3 Small, FP3 Original, so Mann, hier auch nochmal Bom Black, wie gesagt das was jetzt hier liegt, ist alles zum verewigen das wird aufgehoben das räume ich dann wieder schön ein in meine Kiste so Dumpum Mini Prini Dumpum 2 Gramm pro Stück, alles alles, alles, alles so und jetzt haben wir es nämlich hier und diese zweite Packung hab ich definitiv gesucht, die ganzen die ganze Zeit siehste weil man so viel gerasselt hat geht das einfach mit unter, weil hier hatte ich nämlich noch eine zweite und die hat mir nämlich damals der Kollege aus Polen nämlich mal mitgebracht und diese Packung kam sage und schreibe 1999 in Polen ich weiß es gar nicht, ob da ein Slubice war Kollege, wenn das wie du siehst schreib es mal mit rein oder so weil die hast du mir damals mitgebracht also mitgebracht beziehungsweise es müssten da mit zwei gewinnen sein und die eine also die eine hab ich ja noch also hab ich jetzt noch praktisch zwei von den Pet Orden 5 Blue deswegen die hebe ich auch auf die gibt es auch und wenn man die bekommt kostet die jetzt okay eine 20 Euro mehr jetzt sind wir bestimmt schon bei 49,99 Euro weil es sind halt Sahne-Raritäten oh Gott das wieder geht schon wieder bald 20 Minuten ich hoffe ihr ihr guckt euch diesen Schrott an auch nochmal Hyper und Bomb zusammen ist nichts anderes beide drei Gramm 2012 hergestellt klar sagt hier auch nochmal der große Bruder unten drunter die kleine Paster der Bomb 2 Gramm Mini-Dumbum äh Mini-Bomb 2 Gramm pro Stück aber hier ja im definitiv wir kennen jetzt 2 Gramm so wie die die Dinger scherbeln haben die bestimmt 3,5 meine Meinung dazu so jetzt hab ich schon nochmal ein schönes Schmackhoffatzel für euch das ist ein Brichser Dump und Pirbel müsste Barjahr 2014 oder 2015 gewesen sein haben wir einen schönen pinken Vorbrenner hier nochmal das alte Zeug NWP alten und die hab ich nochmal weil da Heuraum noch drin war da hab ich nochmal eine Mini-Bomb äh Quatsch Mini-Bomb da könnte es ja eigentlich schon das gleiche Mini-Dumbum Mini-Bomb trimt sich nichts aber es steht halt Mini-Dumbum drauf mit 2 Gramm mit reingeschmissen um den Heuraum hier oben ein bisschen aufzufüllen sehr schönes Zeug und sowas kann man aus solchen alten hier Verpackungen nämlich packen spart man gleich ein bisschen Müll obwohl das ja eigentlich wohl geil ist wird da eh alles verbrannt da wird ein Pix sortiert in der also auf dem Recycling das wird verbrannt und damit wird dann halt ja Energie erzeugt aber das wissen wir ja alle so jetzt schau ich mal hier müssen wir mal gucken ob das jetzt ähm die ganz erste ist ja das sind die allerersten Dumbum ohne Scheiß das sind sie und da hab ich nämlich mal bezahlt 2 50 bis 3 Euro damals in Tschechien wo die wo die rausgekommen sind eine der besten Knaller mit Preis Leistung gewesen na günstiger Kingsney wenn man dort drüben noch mehr gekauft hat ähm wurde das ja immer also immer günstiger wegen Mengenrabatt ähm ja hier hab ich nochmal Weiber mit reingeschmissen und hier äh und nochmal diese wahrscheinlich alten obwohl jetzt 2,5 Gramm draufsteht Rarität der Berg wird immer höher sehr schön so muss das sein ein in einer Büro Wohnung ne das rechte schaffe ich dann wieder ganz woanders hin na das ist im Team meist so viel irgendwo Tagern das sollte man absolut nicht machen und schon gleich gar nicht alles auf den Haufen kann nichts passieren aber safety first so vom Black wie gesagt 3 Gramm 2 Gramm 3 Gramm 3 Gramm 2,5 Gramm aber eigentlich 3,5 Gramm sehen aber identisch aus wie mit den alten das Braters Logo so wie bei den alten aber die alten hab ich glaube jetzt gar nicht mit dabei schade so hier hab ich auch nochmal ein schönes Pisch Set beziehungsweise kein Misch Set das ist 1 das ist 1 zu 1 Set oder wie man das nennt oh Gott 22 Minuten ich hoffe ihr guckt euch das an ich hoffe es Birbel müssten Bauer 2014 gewesen sein genau da haben wir mal mit hier drauf oh Gott und hier haben wir auch nochmal das liebe Bauer 2015 Birbel oder ja genau da hab ich nämlich jetzt alle Chancen 13 also ich hab 13 14 15 und die 16er ist ja dann die P1 Version dann schon gewesen müsste dann schon gewesen sein so 16 oder 17 na so ihr Lieben ich bedanke mich fürs Video schauen ich hoffe ihr guckt euch das an und dann wie gesagt erstmal keine Panik ich bin erstmal beim Hochpasser ein bisschen noch filmtechnisch unterwegs weil man halt auch an der Elbe ein bisschen leider sehr dran wohnen und dann müssen wir mal schauen und dann wie gesagt ich mach für euch hier Büro Friedens das kommt alles noch genau ich bedanke mich trotzdem erstmal fürs Video anschauen und hier guckt euch das nochmal an dieses geile Scheißding hier alter Bessane alles klar man sieht sich und tschau tschau ich schau tschau